Alles klar. Bis dahin! Ja, wir reden mit den Juroren. Ciao! Tag zwei. Ich bin fertig. Das kommt mir doch vor, als hätten wir schon zwei Tage lang gekämpft. Achso, ja, genau. Wir sind ins Halbfinale gekommen. Hab ich gestern noch vergessen zu sagen. Glaub ich. Ja, aber ich hab's gestern vergessen zu sagen. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Wir fonctionen, das sieht schon aus. Ich bin alle Treppen im Büchel in Büchel in Büchel. Geht es Ela nicht. Dann werden wir beim Büchel in Büchel hier im Büchel in Büchel in Büchel. Auch Sie ist sehr wichtig. Über die vergangenen Erklarung des Büchel hier im Büchel. Sie haben sich zu erkennen. Sie haben sie bei den Büchel einfach drauf. Sie haben sie hier aus. Sie haben sie hier aus. Sie können diesen Büchel hier aus W��. Let's get it now. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Bist du aufgeregt? No. Du scheinst ein bisschen müde. Ja. Ja. Oh Leute, jetzt ist meine Lippen, meine Lippen, meine Lippen, schaffst du schon. Sehr lustig, wenn ich ja total pusen müsste bei der Woche oder du kackst dir ein. Bist du die erste? Ja. Oha. Sie tritt bloß gegen diese beiden da an. Die da gegen diese beiden. Und es gibt drei Preise, Gold, Silber und Bronze. Und in ihrer Kategorie gibt es bloß drei Leute. Viel Glück. So you can't... So you can't... So you can't... Das war's. Das war gut. Es ist 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 gut. Ich habe die Hybrid. Look at your owner. He's passed out. Oh wait, it looks like I'm sitting on his head. I already edited my vlog from last night's festival. Oh, okay. I need to upload it. Wow. I don't ever talk about the weather. I... I think this is all I've ever wanted. Just to hold you around. Whoa! Whoa! Cool. Columated sugar defense. When I spike land. When I push into a sharp ground. On my way to your house. It's a low lighting. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir sitzen jetzt hier drüben und die da hat tatsächlich 700 Dollar und eine Medaille gewonnen. Bronze. Was soll ich denn das Buch noch?